So, ein wunderschön zurück. Ja, ab heute keine komischen Störgeräusche mehr vom Mikrofon. Ich habe jetzt mich für eine vorübergehend endgültige Lösung entschieden. Das Mikrofon liegt jetzt praktisch direkt bei meinem Bildschirm. Ich hatte ja zuerst das alte Mikrofon am Tisch befestigt gehabt und habe dann praktisch jetzt das neue Mikrofon, ist ja ein Kragenmikrofon eigentlich, an meinen Kragen befestigt. Allerdings hat das Kabel immer so an meinem T-Shirt gerieben, dass halt die ganzen, ja, bekannten Störgeräusche dabei auftraten. Und ja, deswegen liegt es jetzt bei mir direkt auf dem Tisch drauf, dementsprechend ruhig. Äh, man hört zwar dadurch, dass ich vier zwei Etappenandrücke ein bisschen mehr, sowas hier zum Beispiel. Ähm, aber ich höre mal, dass es weniger stört, als die ganze Geräusche, die sonst so aufgetreten sind. So, okay. Ja, ich bin so. Ja, ich bin so. Okay. so würde einfach überstanden so fasse ich wie die peste ich habe er ist einfach besser aber für den staatlichen rauch hier hatte ich ja schon bei den letzten des pläbischen mängel gehabt und ein bisschen komisch aussieht aber gut ich stehe das gerade nicht wirklich wenn ich da kommt läuft eigentlich gerade gar nichts ok die folge sagt alles ach so ja das war hier wieder mit der kurve im fall super die war gestern geschehen aber gut mit der autoschock dann ging es ja auch einigermaßen da kann man später rein das gelohnt sich was sind denn da so viele ja das war der hinterhalt mal gucken ob ich die schon erwische von hier aus ich sehe sie ja nicht mal ach da so und meis ist weg so so habe ich ihn getroffen gut jetzt kommst du dran dann kommst du endlich versteck dich doch nicht in der bombe du Arsch komm her ich glaube ich habe ihn ich glaube ich habe ihn eine raue Gegend hier äh 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 die an der 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 den die 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 So, hier war grad noch einer. Die Karte ist nur so. Achja, hier war ja dieser... ...dieser Geheingang. War doch nicht. Ach, hier war ein Siegel. Die Prott ich zu in der Inderung. Oh. Was? Gibt es wieder Mildere? Oh. Wow. Alter, okay. Ich lass ihn mal mit rankommen. Ist viel einfacher. Ist viel einfacher. Nein, ich wollte dich. Come on. Wo bist du? Ach. Dieser Feigling. Der muss ich doch mal zeigen. Oh, nur noch eins jetzt weg. Einen muss weg. Aber einer müssen noch da hinten irgendwo sein. Warte, was ist der jetzt gerade? Wer da hinten war? Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Ah, ich glaube, wir sollen mal nicht runterfallen. Oder? Wir gucken, dass es jetzt auch sein Secret gibt. Aber ich glaube, man kommt nicht mehr wieder hoch. Von daher speichere ich mal ganz kurz. Oh, nee. Das ist die Pfalle. Okay. Okay. Nein. Leck mich doch. Wow. Gott, Alter. Aber diese extremen Hänger, sobald neue Sektionen geladen sind, ist ja... Schlimm ist das. Ach ja, hier war ja wieder das komische Ding so rum, wo man gucken muss. Woa... Okay. Wow. Einer von denen hat einen Autoschatkern. Ist ja interessant. Was? Was? Ne, ist das schon mal falsch? Aha. Ah. Das steht nicht. Jetzt hat der Ding halt ein bisschen runtergegangen. Jetzt wieder hoch. Oh, Leute. Oh, Leute. Tja. gescheatet gehabt. Ach, hier wird's noch weiter. Der wäre schon mal geschichtener. Der schießt niger. Hier schießt doch einer mit scharfer Munition. Achter, vernehmt nun. Die glätten wir erlauben. Na komm, zeig dich. So, Nummer 1 Jahre weg. Und Nummer 2 ist auch weg. Hoffentlich waren es auch nur zwei. So, wir gucken, ob hier noch irgendwelche Imps sind. Äh, ich mein hier von diesen roten Fischern. Hinter war glaube ich noch ein Revenant. Ach nee. Doch bloß ein Imp. Ach doch, da war er. Wow. Glück im Unglück. Oh. So, und ich hab da doch noch eingehört. Da ist also doch noch einer. Ähm, links und rechts. Oh. Wo ist denn der? Der ist hier bei mir direkt irgendwo. Ach ja. Schau mal einen an. Ein Arschloch der dritten Generation. Äh, ich glaub's ja. Äh, ich glaub's ja. Alter, wir haben 20 Bilder pro Sekunde und ich hab ne Fliege auf dem Bildschirm. Ach nee, 27. Okay. Die Fliege saß genau auf dem Strich. Jetzt sagst du, wir haben 21 Bilder pro Sekunde. Egal, ich stockert auf jeden Fall. Verkackte Kacke hier. Ah. Ah. So, jetzt kommt von hinten ganz viele Fücher, oder? Wow. So. Ach nee, ich musste erst mal den Schalter umlegen. Dann kamen ganz viele. So, dann speichern wir erst mal. Und nehmen wir den Schalter an. So, was kam von da? Aha. Erstmal Frau Unglückliche. Hm, ich glaub ich hab bei der hier. Hm, weil ich jetzt drück von hier unten fang. Beteiligen, oder lieber doch wieder nach oben gehen. Ich glaub bei den Weiß macht das von unten besser. Ja, doch. Das kriegen wir hin. Oh, wir haben doch noch ein bisschen hier. Halleluja. Egal, ich bin ein Mann. Ich suche für die Konfrontation. So. Fuck. Fuck. Und ich suche den Schmerz. Was? Ha. Ich hab das toll erledigt. Das wird Magena. Das wird mit. So, okay. Das hätten wir. Dankeschön. Noch mehr Munition hier. Wie wohl? Nö. Na gut. So. Da gehen wir mal weiter. Eine Ecke. Hier. Da ist die Map zu Ende. Wie Leaim. Das sieht schon nice aus. Achja, stimmt. Wir haben ja noch die ganze Boni. Sollte ich die jetzt schon holen? Alle Downloads angehalten oder fertiggestellt. Interessant. Äußerst interessant. Achja, hier war jetzt das hier mit dieser komischen Kacke. Ja. Ja. Und, äh, bekannte Fehler. Alter, kann man sich hier nicht mal an die Rand reinstellen. Ist ja hier diskriminiert. Das heißt ja. Oh. Ich sehe auch kaum was. Gut, die Speicher an der Stelle erst mal. Und dann guck ich mal. Ja. Ja. WTF? Oh. Gut. Hier bin ich mal gut aufgehoben. Vor allem, dass die Fische nicht runterrutschen, ja? Die können ja immer so, so Spiele vor der Elko rumstehen. Ah, Spischer. Verräter. So. Okay. Ähm. Gut. Unten. Was jetzt ein bisschen schwieriger. Muss ich erst mal wieder hooooch. Genauso. Ah, komm da. Du wirst nur. Du wirst nur jetzt. Du wirst nur jetzt ja. Achso. So. Wie geht es jetzt hier raus? Hier haben wir einen Schalter. Ach da. Gut. Jetzt mal das Ding hier rein. Danke. Ah. Mh. Brauchen wir jetzt die Särke. Ah. Leider ohne Boni. Gut. Dann. Mal nachladen. Gut. Ach ja. Ich hab da. Wir sind ja immer noch nie bei der Falle. Fuck. So. Wir haben die rote Karte bekommen. Können wir mit der uns schon was machen? Ja. Wir können zurückgehen. Zurückgehen. Und dann sollte... ...nach links... ...da irgendwas kommen. Achso. Ja. Ja. Hier hinten. Die komische Tür. Die da. Gut. Äh. Kann man gebrauchen jetzt. So. Äh. Quicksal. Ja. Oha. Das war hier also. Na gut. Wir nehmen am besten mal die Waffe. Hat uns ja vorhin gute, gute, gute Dienste erwiesen. Hä? Kommt ihr da nicht rüber oder was? Ist ja interessant. Ach. Hier ist noch welcher. Ach. Leckt mich doch. Nein. Komm. Ihr Arschlöcher. So. Kommt ihr mal raus. Kommt ihr aus dem Fenster oder? 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 Kommt ihr aus dem Fenster? Wollt ihr gerade schon fragen? Wollt ihr da rein? Lappe zu und antragen. Wo ist sie denn jetzt? So. Kommt ihr noch mehr? Ne, ne? So. Dann hol ich jetzt meine ultimative Person raus. Wenn ihr denn nicht einfach sterben. Kommt ihr doch. Kommt noch einer. Das schaffen wir doch. Dann hört doch mal stehen hier. Meine Fresse. Dass sie mal so rumzappeln müssen. ich kann mich nicht daran erinnern dass ich beim letzten mal ausdrunter gefallen bin kann man schon wieder gerade irgendwelche solche solchen fischer oder was kann man nicht wahr sein ja ich hab sie gehört also diese tue hallo meine und vor wo kam sie auch von hinten und gleich drei stück alter ich glaube ich geh mal hier ein bisschen zurück ist wieder doch ein bisschen viel action draußen was nicht erwischt oder nicht richtig erwischt das war ja schon fast beide aufmarsam gemacht haben wir sehr schön das ist dann wiederum nicht so schön speichern jetzt wieder manuelle verkloppt das ging leicht ach ja schon der war durch die beiden durch die beiden war hier die roten komischen bälle daher schon alle knackst die haben ja schon bearbeitet auch die kacke schon wieder gut in eine von den dingen müssen wir irgendwie rein wahrscheinlich da hinten die herzen auf dem haus ja was ist los wie geht die dinge schon runter habe ich sehen was für sie ausgelöst war zwar nicht mein plan aber gut geht es wieder hoch oder was jetzt ich habe ausgelöst so klar aufgelöst ab ist nicht ausgestalt aufwürdig da kommen wir also lange brauchen würde kommen wir gerade vor wie der bürokratie da kommt noch in den ganzen nachtig oder so wie gar ganz schön so okay doch nicht rein und dann nehme ich mal dich Hier kommt er auch nicht rein... Ach ja, muss... Entschuldigung... Ah, da war ja was, da muss er in die Wingschneiden. Arschloch. Noch einer? Ja. Einer will ja nicht reichen. Das sieht gut aus. Oh. Dankeschön. Gibt's da noch was? Ne, ne? Ach doch, ein Felder. Achso, ja, um die Tür zu eröffnen. Gibt's da noch ein Secret? Ah ja, gut. Dann will ich nicht. So, komm ich jetzt wieder aus? Ja, ne? Gut. Okay. Fuck! Alter, geh ich mich noch gar nicht. Ich kann mich nicht dran erinnern, jemals so runtergefangen zu sein. Das ist doch nicht mehr normal hier. Oh. Bam. Das gibt's doch ja nicht. Das ist doch nicht mehr normal hier. So, jetzt aber. Oder ich komm jetzt hier lang, vielleicht hab ich hier eine bessere... Ahm... Das Kotzen ist das. Zum Kotzen. Äh, geht doch. Wolltest du, ich will mal gleich mal spaltern. Das hält mir ja kopf näher aus, ja. So, einzigstes Problem, ich bin immer noch jetzt hier. Alter, ich muss immer noch dieses komische Rätchen lösen. Und ich finde irgendwie so unviel Hinweis darauf. Gibt's hier wenigstens irgendwo Munition? Ne, ne? Gut, wir haben auch ungefähr ein Drittel der Gegner vor uns. Kriegst du was? Schick, schick. Ah, da ist schon mal ein Secret. Ach ne, da muss ich hier von Stein zu Stein hopsen, ne? Ne, das ist mir doch ein bisschen zu Glück. Hier krieg ich auch vom Blatt. Andererseits... Ne, ist mir zu hoch. Da komm ich ja nicht mehr rauf. Leck mich. Sequence. Puh, wer dressiert sich schon für den Kram? So. Danke. Wow. Äh, ich hänge in den Bäumen. Interessant. Aha. Äh, okay. Ob sie uns die gut gibt? Ich bin so aufgeregt. Juhu. Also rieberspringen kann man. Auf jeden Fall. Ah, fuck auf, komm ich lass es. Ist mir jetzt zu blöd mit dem Mutterfall, Alter. Das ist ja schon rekordsverdächtig. So, jetzt haben wir was. Haben wir gerade die blaue Karte bekommen, da hinten? Ich glaube ja, oder? Ja doch, klar, genau. Können wir also hier rein. Ja, perfekt. Aber ich wüsste echt gerne, was hinter diesem komischen Ding ist. Ist es einfach nur ein Secret, oder muss man hier früher oder später doch rein? Weil ich kann mich nicht daran erinnern, dieses Lötzlös mal gelöst zu haben. Auf jeden Fall sind hier zwei Kerzen. Das ist jetzt die Information, die ich habe. Vielleicht muss ich aber auch alles, außer das Ding gucken. Ne, auch nicht. Ah, komm. Oh. Ja, es ist wirklich nur ein Secret. Ein Secret, wo nichts drin ist. Kann ich mich verarschen? Oder ist das hier eine Waffe? Das ist doch keine Waffe. Äh, doch. Gott, sieht die Waffe hässlich aus. Also jetzt nicht so in der Hand. In der Hand geht es nicht so gut aus. Aber das Symbol davon gerade. Das sei ja mal der, äh, äh. Na gut. Habe ich eine Waffe bekommen, die ich sowieso nie einsetze. Naja. So, hier kommt es auch noch rein, das weiß ich. Außerdem sind da Kerzen. Also muss jetzt die Erwärmung gehen. Ah, blaue Rüstung. Okay. Muss ich mir merken. Dann kann ich mir zumindest schon mal die grüne Rüstung hinten holen. In der Hoffnung, dass wir hier später nochmal reinkommen, äh, hinkommen. Ich meine, es gibt ja leider diese Maps, wo man praktisch einmal hin, aber nicht mehr zurück kann. Das ist natürlich schade. So. Okay. Oh, Fahrstuhl. Okay. Also doch, One-Way. Ach man, Alter. Ich hasse One-Way-Tickets. Und ja, der Fahrstuhl war One-Way. Das weiß ich daher, weil mir in dem Moment, wo ich die Fahrstuhl gesehen habe, wieder eingefallen ist, dass das die Stelle war mit dem Cyber-Demon, die jetzt kommt. Und da kam man nur hin und nicht zurück. Also definitiv One-Way. Wobei ich das noch nie probiert habe. Ich probier mal erstmal ganz kurz. Ich guck mal, ob man hier wieder zurück kann, wenn man hier einmal hin ist. Komm, geh hoch. Ah, doch ist One-Way. Geh nicht mehr hoch. Ach man, Alter. Ich hasse One-Way-Tickets. Äh. Müssen wir jetzt schon die ganze schöne Rüstung hier verbraten. Wir werden bei den Cyber-Demon schon Damage einkassieren. Und gehen ja schon, wow. Und gehen ja schon angebraucht ins nächste Level. Doch sie ist ja, aber hier zu springen ist doch ja schon riskant, aber ich hab's geschafft. Weißt du, überall stürzt sich automatisch ab, aber bei sowas riskant wird's schaffig. Gut. Okay, Cyber-Demon. Das heißt, wir brauchen eine gute Waffe. Und zwar hatten wir die, glaube ich, genommen. Im Doppelpack. Dann probieren wir das mal. Ich weiß jetzt schon, dass wir mindestens 20 Versuche brauchen werden. Deswegen speichere ich nochmal. Ach so, hab ich gerade schon, oder? Keine Ahnung. Wow. Mit dem Texturnachladen ist ja auch so ne schöne Sache. Alter, wir können mal stehen hier. Klappe. Wir können mal stehen. Was? Das ging ja grad viel einfacher als gedacht. Alter Scheiße. Ich bin grad ein bisschen begeistert. Mir die Türkei ist ja auch nochmal reichlich. Sehr schön. Sehr schön. Wow. Ach du Kacke. Ja, das hat die Herze. Ich bring ne um ja. Oh, geht's ja noch weiter. Ah, fuck. Ich dachte, das war das Ende vom Level. Ah, das hat mir erinnert. Der Kacke, ja. Oh. Digga, es werden wir treffen und wir sind tot? So, jetzt fahren wir nach hinten noch welche Leute es sind. Klar. Grammatik. Ich liebe dich. Wow. Hallo. Dich stockern. War da noch einer? Da waren noch zwei. Mach ich doch. Blöke. Ach, wie sind denn da? Machen wir die Kaffeekränzchen oder was? Noch mehr? Oh, da geht man noch weiter. Ich sehe nichts. Da. Boah. Ich frag mich, warum mein Rechner jetzt schon Probleme hat mit dem Texturnachladen. Das war doch früher nicht. Übrigens hab ich auch schon versucht mit Rechner neu starten. Ja, das hat leider überhaupt nichts gebracht. Also, so intelligent war ich auch schon. Es liegt auch nicht daran, dass mein Arbeitsspeicher voll ist. Weil ich habe sechs Gigabyte und ja, die Auslastung von GZ Doom ist bei meinem Arbeitsspeicher nicht mal 20 Prozent. Also mein Arbeitsspeicher ist chronisch leer. Warte, hier geht es doch noch viel weiter. Ach, ja. Hm. Okay. Diese Zähne. War das hinten so komisch aussah. Ach du Kacke. Ist doch nicht euer Ernst. So, aber hier hatten wir auch einen Trick, ne? Irgendwie hier hochgehen. War das so? Und der muss sich hier irgendwas machen. Äh, äh. Ach du Kacke. Ähm. Ich glaub die Spinnung mag uns nicht. Kann das sein? Gut. Dann gehen wir mal in die vollen. Und gehen wir mal voll in die Fresse. Äh, also. Aber erstmal hier auf die Seite locken. Weil dieses Texturnachladen ist so behindert einfach. So. Jetzt geh ich mal nach oben und tue die Spinnung. Scheiße. Hier auf oben und tue die Spinnung. Das klappt nicht. Oh, doch, das klappt. Nein, ich klappt nicht. Doch, das klappt. Doch, das klappt nicht. Wir sind hoch. Wir sind hoch. Sag mal, laden wir neu. Äh, das hat auch schon mal nicht geklappt. Ich weiß jetzt gar nicht warum. So, dann lock ich hier also erstmal alle her. Wir sind hoch. und dann will sie ruhig weiter oder gab's hier unten irgendwas ich hab noch letztes hier etwas super geheimes gefunden mit dem alle probleme gelöst waren abland ist das hier unten ist ja auch nicht ich weiß gar nicht wie mir geschieht ich weiß nur dass man für die spinne aktivieren muss müssen zumindest ist mir das gerade im gefühl das wird nie war doch es wird was lol wie geil ist das denn sobald er so wirklich die spinnen aktivieren genau ich bin ich habe mich jetzt hier auf dem roten fischer an und auch uns kommen machen wir doch mal eine verbrechung hier einmal du das war nicht nichts einmal du wer hat noch nicht wer will noch fuck what the fuck ähm hier kommt der war ganz schön ab ich würde das jetzt schon zu ich habe noch nicht warte ich konnte dich durchtreffen oh hallo ja dann braucht sie denn hallo also 80 prozent leben und ich bin scheiße da will ich jetzt versuch haben dass wir reingehen erst mal schön sicherheit gehen und diese scheiß kaputt nehmen erst mal bewegen soll not wenn es sein muss eine nach dem anderen das ist mir scheißegal kommt er an der worte kommt jetzt ein bisschen länger aber diese kack selber spinne selber als weiter was spider demon mastermind wie heißt die da war richtig oder bei der team mit mastermind glaube ich glaube ja durch diesen scheiß entlang hey da hat er kann ich zurücklauf hier warum kommt keiner verstehe ich nicht vielleicht muss ich doch ausgehen wer finde ich hier drinnen nicht das wäre natürlich voll schade weil er geht immer mit meiner platte plan ich auch ich dachte ich kann ja alles schön die reihen locken und was ja was ja so ein schmaler gang ist praktisch ein nach dem anderen abwärts ich hab dich doch erledigt sag mal habe ich hier noch ein übersehen gehabt nö ach so äh ja ich hätte wenigstens noch meine munition einsammeln können wenn ich den kampfschul-kampfschuss aufgebe hier noch ein bisschen was hier noch ein bisschen was hier noch ein bisschen was so und dann die ganzen fücher nicht reinkommen um zu kämpfen wenn die keinen bock haben habe ich auch keinen bock dann gehe ich einfach raus und gehe ins Ziel, ihr Bitches hoffen wir, das ist eine gute idee äh, wie kommt man hier weiter? Leute? oder musste ich die spinne erledigen? das wäre ja richtig Bullshit doch, ich musste die spinne erledigen was? nein das wollte ich nicht something das gibt's doch gar nicht wow ich bin doch über alles reden da wie ich genau in die ecke renne wo ich mich festhänge das geht doch gar nicht genau hier bin ich wieder hängen geblieben na super musik also noch gar nicht aufpassen weil ich bin kann ich auch nicht auf die ginge auf nein ist doch hier nein hallo Nein, ich hink! Oh, Alter, jetzt reißen wir langsam! Wo bin ich denn? Ach, bei der schlussige! Ach, Mann, ey, die Stufen geben mir sowas von auf den Sack! Oh, dann einmal so. Seht ihr die schlussige Linke, die hat? Ja, 2400 Mal. Wird die von anderen angegriffen oder braucht es sich selber schaden? Ah, ja, die wird von anderen angegriffen. Ha, sehr cool. Gut, dann nehme ich die Chance nochmal wahr und suchen wir nochmal auf die Mission hier. Ein bisschen war ja hier noch. Oh, doch, ein bisschen war noch. Gut, ansonsten haben wir noch Raketen hier unten liegen. Gut, dann also einmal auf die Splash-Waffe setzen, wechseln, wechselnderweise setzen. Und dann heißt es, schieß mal, bis der Arzt kommt. Wo müssen jetzt? Na, das war dumm. Aber voll an ihm. Geht doch. War schon besser. Oh, Mann. Oha, jetzt kommen die Dinger hier. Äh, nicht festhängen. Nein, nicht hängen. Bleiben. Goddammit. So. Danke dafür. Danke für nichts. Noch eine? Nein. Gut. Äh, ja. Dreimal darf ich noch schießen. Alles andere würde dann auf die Munition gehen. Fuck. Fuck. Alter, zweimal daneben. Das ist doch gar nicht. So dumm muss man erstmal sein. Ach, bitte nicht. Geht doch. Geht doch. Noch einmal. Jawoll. Das war's doch. Danke. Danke. Perfekt. Das hat immer gereicht. So. Jetzt muss ich bloß noch gucken, jetzt müsste Ristoranten eigentlich offen sein. Kommen die rein? Möchen kommen die rein. Gut. Jetzt müsste Ristoranten aber eigentlich offen sein. Also, jetzt kann ich ganz beruhigt ins Ziel gehen. Oder? Ah, sag ich doch. Alter, ist das dumm, dass man diese Spinne töten muss, damit man an den Schalter rankommt. Quick Save? Ja. Quick dich mal beim Saven. So. Na dann. Schau mit V.